Hier haben wir ein neues Produkt, das nennt sich RX-Zero. Das ist eine sehr kleine Kamera, Fotoapparat, genauso wie auch Video. Extrem kompakt und robust gebaut. Das Ding ist so robust, dass wir garantieren, aus 2 Meter Höhe runterfallen, macht dem nichts aus. 10 Meter unter der Wasseroberfläche macht dem nichts aus. 100 Kilo draufstellen macht dem nichts aus. Sogar mit einem externen Gehäuse nochmal können Sie bis 100 Meter unter der Wasseroberfläche gehen. Viele Kunden wollten gerne eine sehr kompakte Kamera, aber mit trotzdem hervorragender Bildqualität. Und deswegen der eingebaute 1-Zoll-Sensor XMORE RS mit einer kleinen Zeiss-Optik, sodass Sie Fotos machen können, aber auch in HD intern aufzeichnen können, beziehungsweise in 4K über HDMI extern. Eingebaut ist auch ein kleiner LCD-Monitor. Und das ist ein sehr spannendes kleines Produkt, wofür wir sehr viel positives Feedback bekommen haben. Von Cinematografen, die das gerne einsetzen möchten als Spezialkamera für eine Produktion. Aber genauso auch, es könnte eingesetzt werden als Multikamera-Produktion. Mit einem Smartphone können Sie bis zu 5 von diesen Geräten synchronisieren und gleichzeitig starten. Oder auch Fotos machen synchronisiert, sodass Sie so ähnliches wie Bullet-Time-Effekte mit dieser kleinen Kamera machen können. Also ein sehr spannendes Gerät, was demnächst verfügbar sein wird. Preis ist ungefähr 850 Euro inklusive Mehrwertsteuer.